So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. Wir müssen uns Zeug besorgen, um so auszusehends zu riechen und so zu klingen wie ein Big Daddy. Aber vorerst eine kleine Sache, denn, ich pausiere mal kurz dafür, man hat mich auf eine kleine Sache angesprochen von der Zeit. Also, da hat jemand mich in einem Stream mal gefragt, ob es möglich ist, mich irgendwie zu finanzieren. Nun, ich persönlich hatte da bis dahin nichts eingerichtet irgendwie. Die Frage, die mir sich inzwischen stellt, ist, würde sich das lohnen? Also irgendwie, was weiß ich, ein Paypal-Konto, eine Patreon-Page, irgendwie sowas. Ich bezweifle es nämlich, aber ich dachte, ich frage einfach mal nach. Keine Sorge, ich habe nicht vor, grundsätzlich nur noch Bezahl-Content zu machen oder sowas. Die Frage ist einfach nur, wie viele denn bereit wären, mich überhaupt zu unterstützen. Denn, ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele sind, ganz im Ernst. Ich meine, da könnt ihr auch ganz ehrlich sagen, ja, ich schaue mir das gerne an, was du hier machst, aber ich bin nicht bereit, dafür zu bezahlen. Das ist vollkommen legitim. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich zum Beispiel bei Patreon dann als Bezahl-Content zusätzlich machen sollte. Ganz im Ernst. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwie coole Ideen oder sonst was. Ich glaube, ernsthaft mit 330 Abonnenten, was soll man da bitte erwarten? Also bitte, lasst mal eure Meinung dazu einfach in den Kommentaren da. Aber erstmal geht es jetzt mit der Folge richtig los. Ach, Fontaine ist ja auch echt unsympathisch. Vor dem Herrn. Ich glaube, hier sollte man sich drucken. Verdammt, ich komme hier nicht durch, oder? Nee. Nee, so komme ich da nicht durch. Aber hier geht es auch nicht weiter. Hä? Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Na, ich werde erstmal kurz mit Chinesi mir so ein bisschen was ranziehen. Also es gibt eine Tür, durch die man da hinkommt. Kann ich hier irgendwie... Ist klar, dass das nichts bringt. Irgendwie muss man da doch hinkommen. Oder kann ich wirklich jetzt hier auf den Tisch springen und... Na gut, so geht's. Bisschen kompliziert hier, du. Big Daddy mit, Little Sister. Oh Gott. Ich hecke kurz hier die Station. Einfach um sicherzustellen, dass wir hier... Ach nee, ist doch nicht wahr hier, dass das immer so kompliziert werden muss. Jetzt tiefer und... Ach, das passt schon. Ach nee, Quatsch. Ich Idiot, hab's eins zu tief gesetzt. Ich voll Idiot. Neuer Versuch. So, so. So, und... So, jetzt aber richtig. Okay. Ich möchte erst mal nur ein Foto machen, Dicker. Ein Rosie. Die sind nicht. Warum greift der mich jetzt auch noch an, verdammt? Ich glaube, ich kann's so vergessen. Ich muss den vielleicht einem Schockwaffen treffen. So. Geschafft. So, jetzt hecke ich erst mal kurz den Automaten. Dann kann ich mir nehmen... Ja, komm, ich benutze den Autohäcker. Scheiß drauf. Dann kann ich mir nämlich jetzt hier hoffentlich ein paar Verbandskästen und Eve-Spritzen holen. Ja, komm. Film ist mir grad scheißegal. Was zum Henker hat mich denn da angegriffen? Erstmal kurz die Kleine retten. Nein. 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 Oh. War das ein Houdini? Also eine stärkere Form? Ja. Türsteuerung. Okay, das hier ist so ein... Oh. Und das ist ein Kinderzimmer von so Little Sisters? Ist ja widerwärtig. Okay, das bringt hier nix. Also verstören ist es schon. Kommentar des Regisseurs. Ich werde die Filmrolle nicht abspielen, einfach weil es spoilern könnte. Was hast du dir angetan? Hast du Angst vor mir, Monster? Meint die mich? Was haben wir denn hier? Big Daddy Pheromon-Probe. Eine von drei. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Geld. Okay, also das ist echt ne... Always stay close to a friend, ja. Angel. Ja, die Leichen werden als Engel bezeichnet. Das ist auch irgendwie komisch. Warte. Ah. Man kriegt also einen leichten Elektroschock, wenn man das hier macht. Bei dem hier kriegt... Also ab und an eine Belohnung. Nee, das reicht nicht. Verdammt. Okay. Das lassen wir schön bleiben, Kamera. Hallo, ich möchte die Kamera hacken. So. Die Musik hier drin gefällt mir gar nicht. Aber wann gefällt mir schon mal, was in Bioshock wirklich... So soll ich sagen, hier fühle ich mich wohl. Ich glaube, darauf ist das Spiel nicht ausgelegt. So, jetzt haben wir eine Kamera, die schon mal den Eingang für uns bewacht. Gibt's was Schöneres als ein Sicherheitssystem, das für dich arbeitet? Ja, ein feindliches Sicherheitssystem, das für dich arbeitet. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist wieder irgend so eine Vision. Erstmal Safecracker 2. Wollen ihre Gegner ihr rechenmäßiges Eigentum wegschließen, holen sie sie zurück mit dem neuen Safecracker 2. Hexsmart will, dass sie bekommen, was sie verdienen. Ähm, brauche ich nicht. Bitte, Papa, so zu schauen. Ich will nicht auf den Tisch. Okay. Hier ist eine Pheromonprobe. Fehlt noch eine weitere. Ich werde mal unsichtbar. Oder auch nicht. Muss ich das vielleicht ohne Plasmid machen? Okay, wenn er direkt gegen mich läuft, bemerkt er mich natürlich. Aber so, Jong scheint die Kinder hier nicht gerade gut behandelt zu haben. Irgendwo muss es noch eine dritte Probe geben. Aber die sind ja schon recht auffällig. Kartoffelchips unterm Bett. Ernsthaft? Komm. Zack. Wahrscheinlich muss ich hier ruhen. Wenn man mich lässt. Hast du Angst vor Diamonds, oder? Nein. Zeig du dich doch, verdammt. Ich warte hier. Hättest du mir die Bullen auf den Hals? Ach, scheiß drauf. Verkompliziere die Sache nicht. Wie kann es sein, dass ich den Kopf nicht erlischt habe? So. Hier ist die dritte Probe. Warum nur Mädchen? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Voltaim sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Erden mit ihren kleinen Karten anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Nehmen wir uns mal die dritte Probe. Ein guter Anfang. Jetzt musst du nur noch den Anzug und den Stimmenverzerrer aus den anderen Labors besorgen. Dann bist du der perfekte Widerling. Na los. Ach, hier hätte es noch eine Probe gegeben. Du spielst dein schwaches Blatt, Kleidraten. Du bist nur zu gespleinend, du bist zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. So, erstmal kurz hier hacken wir einen Automaten, weil es geht. So, ich brauche nur noch genug Rohre, die einfach nur zur Seite führen. Willkommen im Zirkus der Werte. Brauche ich eigentlich gerade nichts von, aber kann man sich verspüren. Ja, wobei, ein Verbandskasten oder zwei Schaden tut es nicht. Und hier gibt es augenscheinlich was, denn man kann hier hacken. Ich wüsste nicht, wozu das hier so sein sollte, wenn hier nicht irgendwas Interessantes verborgen wäre. Bioshock hat ja wirklich sehr viele Momente, wo es dann irgendwas ja, Optionales gibt. Ich bin unsichtbar. Da ist ein Big Daddy. So, ich gehe kurz den hacken. Ich glaube, das ist einer mit Raketen. Da ist es gut, dass der uns nicht bemerkt hat. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich tierisch auf die Fresse gekriegt. Ähm. Und fertig. Jo, das ist ein Granatenwerfer. Wow. Ein Gatherer's Garden. Das hat doch was. Ich kann mir hier noch einen Technik-Tonicum-Slot holen. Hier kann ich kurz noch eine Medi-Station hacken. Und vorhin gab es da ja einen Big Daddy. Die Frage ist, ob dieser Big Daddy eine Little Sister dabei hat oder nicht. Wenn ja, muss ich mir den natürlich vorknöpfen. Ansonsten, ich sag mal, irgendwie muss ich ja auch an meine muss ich auch an meinen Adam kommen, ne? Und ich möchte die auch alle, also alle Little Sisters ja befreien erfolgreich. Gleich. Anzugsteuerung. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine, erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs und führe die Little Sisters. Ich habe hier doch eben Okay, ich speichere das mal kurz ab. Wobei ich eigentlich relativ sicher bin, dass ich den mit Brandbolzen erledigen kann. Was? Ich möchte nur kurz hier was hacken. Komm, auf Kauf. Jetzt lauf doch mal der Kleinen hinterher. Oder warte. Ist der festgebackt? Ja. Jetzt werde ich mich nicht dran stören. Zack. Ohne Schaden erledigt. So. Der steht nicht mehr auf. Aber dafür lösen wir mal die Kleine von ihm da sein. Danke. 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 So, jetzt erst mal zurück hier zum Startbereich. Okay. Okay, die Kleine läuft hier hin, um abzuhauen. Okay, verständlich. Was ist das hier? Kandidateninduktion. Was ist das hier? Ich mag den Ort nicht. Glaubst du, du kannst deine Verwandlung in diesem Kleinkammerat wieder rückgängig machen? Haha, die verrückte Gänsemutter hält ein Kastling für die Frankensteinparade ab. Und du bist ganz vorn mit dabei. Ja, die Frage ist, können wir vom Big Daddy auch wieder zurück, ne? Ist eine wichtige Frage, das muss man wohl sagen. Und vor allem eine ziemlich beunruhigende Vorstellung. Der soll da hin, du sollst hier hin. Passt doch. Ähm, Wärmesuchende Raketen, haben wir davon noch welche übrig? Moment. Zwei, ich glaube, davon können wir auch mehr haben, oder? Ich mache mir mal welche. Vier gehen noch mehr? Ach, ne. Mehr gehen nicht. Okay. Okay, hier ist der Stimmverzerrer. Das ernsthaft? Das ich habe niemanden irgendwas weggenommen hier also außer ein paar leuten das leben aber so erstmal alle waffen kurz nachladen jetzt könnte ich echt die wärme suchende granate noch holen aber ich glaube das lohnt sich auch nicht so bereit spider-splicer okay ich seh mich auf jeden fall noch weiter um so du wirst gehackt okay könnte klappen wenn hier noch irgendwo nein natürlich nicht mit anderen worten muss ich mir das hier erstmal noch konstruieren damit und damit und dann passt es erfolgreiches hacken ich würde sagen da mache ich am besten mal schnitt also wie gesagt lasst mal eure meinung zu dieser ganzen unterstützungssache in den kommentaren wie gesagt mich hat das einfach persönlich überrascht ich hatte eigentlich nie vor damit irgendwas zu verdienen aber wenn sich die möglichkeit tatsächlich anbieten sollte werde ich mir überlegen ich müsste wirklich dann auch schauen was ich da oder sowas setzen würde aber ich glaube sowieso nicht dass der große es raus wird um ehrlich zu sein aber genug davon lasst konstruierte kritik sonst noch in den kommentaren da ein läufchen nach oben wenn es euch gefallen hat und dann sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt let's play bioshock remastered bis dahin cheerio